Mensch, Natur und die Zukunft des Lebens auf unserem Planeten werden durch Klimakrise, Verlust der Artenvielfalt und andere ökologische Faktoren bedroht. Und die Auswirkungen unserer zerstörerischen Ausbeutung der Natur, die sind unübersehbar überall auf der Welt. Warnsignale wie steigende Meeresspiegel, Waldbrände oder Überschwemmungen, die könnten ja gar nicht deutlicher sein. Und trotzdem wird noch lange nicht für gut getan. Kinder und Jugendliche sind von den ökologischen Krisen jetzt und auch in Zukunft natürlich ganz besonders betroffen. Mit Project Evergreen haben The Young Class X und die Umweltstiftung Michael Otto ein Projekt ins Leben gerufen, um diesen jungen Menschen eine Stimme zu geben. Und entstanden ist ein Song, der, wie ich finde, wirklich ins Ohr geht und der ausspricht, was wir jetzt gemeinsam tun müssen. Wir müssen laut werden für unsere Zukunft.